Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Auftrag von Bogenballerei und zwar stoße wir hier in verschiedenen Matches mit einem Mechanik-Schock-Vane-Bogen weg. Zweimal, also ja, zweimal 8k XP. Ich habe auf jeden Fall alle Bogen, die es im Game gibt. Mechanik-Bogen, Mechanik-Schock-Vane-Bogen, den brauchen wir jetzt. Einmal O-Zeit-Flamm-Bogen und einmal den O-Zeit-Stink-Bogen. Hier haben wir auf jeden Fall alle, dann mache ich mich auf jeden Fall auf die Jagd nach einem W-Zier. Bis gleich. So Leute, hier haben wir einen W-Zier, das ist ein W-Zier, so zack, ihr haltet gedrückt, dann einmal loslassen und zack, ihr habt den weggeschoben. So, einmal kehren und ja, dann sehen wir uns gleich in einem anderen Match. Das machen wir dann das gleiche, was wir gerade gemacht haben. So Leute, hier haben wir auf jeden Fall hier einen Mechanik-Bogen. So, zack, einfach wegschubsen und auf jeden Fall so haben wir den Auftrag abgeschlossen. Und Leute, es gibt hier auf jeden Fall einen Auftrag, wir müssen auf jeden Fall Wildtiere, auf jeden Fall töten. Äh, eine Sekunde. Äh, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so wichtig. Also, ich hoffe, es ist dir das durch Koffen gefallen. Lass gerne einen Like da. Ob nicht gerne mal Kanal. Lass gelockt, dass ich keinen Blödsinn mehr verpasst. Und hier auf jeden Fall, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Äh, auf jeden Fall, es gibt keine... Äh, also wir haben auf jeden Fall den Auftrag abgeschlossen. Der ist hier auf jeden Fall nicht mehr. Und ich hoffe, es hat euch das Koffen gefallen. Lass gerne einen Like da, wenn nicht gerne meinen Kanal. Lass gelockt, dass ich keinen Blödsinn mehr verpasst. Und ich würde sagen, es war schon mit dem Video. Und ciao. Haut rein. Bis nächstes Mal, Leute. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.